Grimma. Aufgrund einer technischen Havarie bleibt die gesamte Schwimmhalle Grimma in der Vorwerkstraße 30C ab sofort geschlossen. Sobald die Reparaturen erfolgt sind und die Schwimmhalle wieder öffnen kann, wird umgehend auf den Websites der Stadt Grimma und der Schwimmhalle informiert. Die Stadt Grimma bedauert die Unannehmlichkeiten, die diese vorübergehende Schließung mit sich bringt und dankt den Gästen für ihr Verständnis und ihre Geduld.